Die sehen alle gar nix. Ey, was ist das denn hier? Die sehen alle gar nix, die hören euch nur. Ne, die hören mich nur. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich hab so was witziges. Oh, man. Der hat gleich einen Schreibfehler gemacht. Ich glaub's ja nicht. Aber ich muss da Musik anmachen. Für den Vibe. Du fies. Mein Name ist das Telefon. Ah, nein, Alter. Du hast recht willkommen. Ich mach das Beste draus. Ich werd dich nicht getäuschen. Okay, hier wird immer mal das Fenster so wie es ist. Ey, what the fuck. In diesem Spiel wird mir jedes Mal bewusst, dass ich nicht zeichnen kann. Ich werd's doch eigentlich nicht versuchen. Joke an der Sache ist, ich weiß das von vorher, aber ich muss trotzdem mitmachen, ansonsten werd ich gemobbt. Meine Lieblings-Taste ist tatsächlich dieser Pfeil da hinten. Also, dass die den reingebracht haben, ist wirklich cool. Dieser Zurück-Pfeil oder wie? Welchen Pfeil? Ja, den Zurück-Pfeil, ja. Den Vor-Pfeil hab ich noch nie mehr gesehen. Ah, den rückgängigen Pfeil. So, jetzt haben wir's. Oh shit. Das war ein falsches Bein. Nein! Falsches hast du. Meine Zeichenskills, Alter. Die gehen übel fit. Alter Neid, du wirst so begeistert von mir sein. Das war schon letztes Mal. Da bin ich mir sicher. Das, was ich male, ist einfach nur hässlich. Ich verbitte irgendeine Entschuldigung. Das ist richtig. Really? Ey, ich weiß, warum ich das jetzt grad so witzig fand. Meins ist einfach nur hässlich. Das geilste ist, wenn man selber über seine Dings so lachen muss. Scheiße, wie mag ich denn das jetzt? Die Maus, die ich hab, ist mega sensibel. Irgendwie mit der kann ich gar nicht malen. Und das Touchpad von dem Laptop ist auch so sensibel. Das ist aber ne ganz so schlimm. Das Wichtigste dazu kann man wahrscheinlich später nicht erkennen. Das ist mir scheißegal. Nein! Scheiße! Das sieht mega scheiße aus. Ich würde es selbst wegwerfen, wenn ich das kaufen würde. Ich würd's gar nicht ernst verrufen, wenn ich mir eins angucke. Okay, nein, du wirst doch nicht so stolz auf mich sein. Es tut mir leid. Mir tut es leid, dass ich das... Oh Gott, Sophie, es ist sehr zu klappen. Okay, der letzte Sprichwort. Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was hat sich das? Ich könnte mir vorstellen... Oh Gott. Ich glaub, ich weiß, was Kittler-Luke gemacht hat. Nein! Ähm. 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 Ich find das, was der oder diejenige hier grad gemeint hat, richtig sweet. Oh Gott. Keine Ahnung, ist das ein Schweif-Ala oder Kacktasvieh? Ich weiß es nicht. Was? Ich hab' keine Ahnung. Okay. Was? Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Was ist das überhaupt? Äh, Patrick, du streamst, oder? Ja. Okay, dann lass ich das, äh, unanständige jetzt, was ich malen wollte. Ach, draufgekackt. Sicher? Ja, ist mir egal. Okay. Kannst es ja versuchen zu entschärfen mit einem, äh, halb ernst gemeinten schwarzen Zensiertbalken. Oder einfach nur... Oh, Scheiße. Scheiße. Oh, nee, ich glaub, das... Das zensiert sich von selber, aber wenn man dann weiß, was es ist, ist es schon... Null. Null. Okay, das ist abartig, aber ich find's trotzdem gut gemalt. Äh, ich kann nicht meine halbwegs gerade Linie ziehen. Aber ne Diagonale? Hehe. Die krieg ich hin. Das ist aber auch nicht gerade. Ich hasse mich. Hahaha. Fuck my life, Alter. Oh Gott, ich könnte früher... Du hast mich auch. Alter, ich kann keine Tiere meinen, jetzt sag ich hier... Alter. Neid, ich glaub, wir wissen, was er hat, oder? Hahaha. Haha. Ich denke auch. Das ist einfach die... Das ist einfach die... Das ist einfach die dreifache Bestrafung. Ja, er hat das. Ich brauch jetzt nochmal, dass ich das zumachen kann. Das ist zu, das ist nicht zu. Das ist total clear, Alter. Wer hat sich diesen Satz ausgedacht? Nein! Das ist ein Moment, wenn man dann mega schnell machen muss zum Schluss. Hahaha. Okay. Okay. Ich mach jetzt einfach 8. Alter. Ich weiß nicht, Alter. Ich sehe mich und ich bin einfach absolut hässlich. Hahaha. Das geht wieder. Oh Gott. Okay. Okay. What the fuck? Ich habe die Hälfte vergessen von dem, was ich da einstellen soll. Ach, Mann. Das ist doch schon wieder... Hö? Das ist doch schon wieder hier. Oh, das ist doch... Oh Gott. Schade. Ich bin ja der Letzte. Hm. Ist ja der Lustiger gewesen, wenn ich nicht der Letzte das beschreiben musste. Ach. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, seid ihr bereit? Nein, sind wir nicht. Doch. Los geht's. King Sarkasmus isst einen Maiskolben und Pups Popcorn XD. Ach so. Das soll das sein. Ah. Hahaha. Ich fress eine Ananas. Ja, eine ganze, Alter. Mit Schale. Hahaha. Hahaha. Das ist doch engel. Ich habe keine Ahnung, was ich da rausholen soll. Ey. Aber... Ich hab King erkannt. Aber warum hat King so einen defonierten Körper, holy shit? Ich bin halt fett, was soll ich machen? Ich ess ne... Ich ess ne... Ich ess grade Popcorn. Und er hat nur einen Arm. Marie. Hahaha. Hahaha. Oha, so groß. Find ich gar nicht. Also ne, das ist... Man könnte jetzt nicht erkennen, dass ich es bin, weil... Patrick isst einen Taco mit Fleisch. Oh, wirklich? Heiderer. Bei irgendjemandem höre ich den Sound. Okay, ich hab vielleicht jetzt ein bisschen verschissen. Oh, das ist ne Hund... Ah, warum hat's heute Mehl nicht übernommen? Ach, scheiße. Bist du stolz auf mich, Neid? Ja, sehr stolz. Zerberus aus Hund, Katze und Kotze wird statt. Ja, kenn die Kur. Ich glaub ab jetzt das... Hahaha. Mamm Zerberus, Alter. Oh Gott. Geil. Muss mal eben. Ein 3-Kopf-Eiger-Käfer mit verschiedenen Köpfen. Ja. Ich weiß nicht, bei irgendjemandem. Ah, bei mir wahrscheinlich. Warte mal. Nee, ich glaub, das ist bei... Ich glaub, das ist bei Marie. Warte mal, guck mal. Eine Gurke mit einer Banane. Eine Banane, Uno. Ist bei mir. Ist bei dir? Ach so. Ah, ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Ich hab das so oft, aber ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Also, Uno kam mir auch nicht an. Nee, Uno hab ich nicht geschafft, wie was Uno-mäßiges ist. Frag mich bitte nicht, woher ich diese Idee hab. Mit Uno. By the way, Leute, wir müssen mal Uno spielen. Gurke gegen Banane. Voila. Ja, das sieht so aus, als würden die Boxen. Stimmt. Ich dachte mir noch so, was ist das für ein Fisch in der Mitte? Also, das ist so ein Fisch, keine Ahnung. Das ist echt gar nicht. Ich glaub, wir besser machen sollen. Boah, Alter, ey. Die Banane zerlegt ja komplett. Ich dachte, das ist die typische Mitte vom Papisch. Blüffende Erbsenschote gegen Killer-Banane. Eine Erbsenschote, Alter. Ja, das sieht doch aus. Ja, das ist eher ein Erbsenschot. Alter. Geil, ey. Ein Pirat sticht auch ins Rote Meer. Ich wusste es. Alter, ehrlich gesagt. Ich wusste es. Boah. Ich hatte keine Zeit mehr. Hatte da ein Buch in der Hand oder soll das ein Fäbel werden? So ein Fernglas sollte das sein, so. Aber ich wusste nicht, wie ich ihm das dann vors Auge halten sollte, dass man dann immer noch erkennt, dass es ein Pirat sein soll. Ich wusste es vorher, dass das Kind Lukas sein soll. Ein Pirat segelt in das Rote Meer. Aber das mit dem Ding ist süß. Naja. Ja, also ich hab das jetzt so... Das hab ich vielleicht ein bisschen fehlgedeutet jetzt, oder? Ich wollte es jetzt machen. Hab ich fehlgedeutet, muss ich sagen. Tut mir leid. Das ist genau richtig gedeutet. Kann ich mal sagen. Wie es am Ende aber dann doch irgendwie das geworden ist, was am Anfang gemeint wurde. Äh. Das ist Sonnenanbeter, okay. Einhorn tanzen auf Zuckerwatte. Äh, aber den Pirat kann ich sich nicht verdenken. Einhorn tanzen auf Zuckerwatte. Äh, da war ich ja gar nicht so weit entfernt. Ne. Ein Einhorn auf rosa Wolken. Äh, es ist fast das gleiche, ja. Einhorn. Ist klar. Oh. Oh, nice and blue. Ja, ne. Ein Einhorn auf rosa Wolke fliegt in eine Stadt über den Faden. Einhorn. Ja. Kannst du nochmal auf Night Phantom klicken und auf dich Jay, damit ich das nochmal runterladen kann. Ja. Ja. Night Phantom. Ja, okay. Hab ich. Und, hab ich. Ja, den Taco müssen wir unbedingt. Ja, der Taco war ja richtig. Aber der ist nicht mit Fleisch. Ich hab schon mal sowas vorgeschlagen, das waren die anderen aber kacke, dass wir jeder von uns, ich hoffe jeder hat ein Dialekt, so ein richtig typisches Dialekt. Scheiße. Ich hab kein Dialekt. Ich bin... Ich hab kein Dialekt. Ich bin... Du sagst auch anscheinend ich Icke. Ja, das ist aber... Hast du kein Dialekt oder was? Ja, nicht... Ich wüsste aber auch nicht, wie mein Dialekt wirklich geht, weil ich eigentlich nur permanent versuche Hochdeutsch zu reden. Na gut. Ich kann mein Dialekt kaum schreiben, wie soll ich den malen? Der Dialekt ist ausgerottet worden, aber es gibt einen Dialekt, müssen wir, dass es existiert. Oh man. Ja, okay. Neue Runde? Gerne. Okay, überlegen. Wir könnten auch ähm mit mehr Zeit machen zum Malen. Zuerst zeichnen, dann schreiben. Oder wir machen nur zeichnen oder nur schreiben am Anfang und am Ende. Oder weniger Zeit, damit ich eine Ausrede hab dafür, dass es kacke aussieht. Nein, nicht auf... Oh, dann komm von mir bloß mal halbe Bilder. Das könnten wir auch machen, so Speedstrawling-mäßig. Das wär auch, glaub ich, ganz wichtig. Nee, das ist wieder mega stressig. Ne, ist ja das witzig. Ich hätt sonst einfach gesagt, vielleicht so ein paar Sekunden mehr halt, aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Ablauf. Du kannst nur schnell, normal oder langsam von der Zeit einstellen. Ja, aber wenn wir alle fertig sind, können wir ja fertig drücken. Ja, das stimmt. Du kannst auch keinen Druck machen. Das heißt, die Uhr tickt nur, wenn die Mehrheit auf fertig drückt. Das könnten wir auch machen. Wir könnten auch Geheimnisse machen. Oh, ne. 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 Geheimnis. Was ist denn überhaupt Geheimnis? Du malst auch schwarz im Untergrund und deine Linien verschwinden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Da kommt ja gar nichts mehr raus. Das hat aber letztes Mal richtig gut geklappt, als wir das gespielt haben. Und ich konnte den Körper ausfüllen, ja? Ja. Daher konnte ich den Körper ausfüllen. Da hab ich gesagt, du hast immer einmal versucht, den Körper auszufüllen. Okay. Dann machen wir ohne Druck und die Zeit tickt nur, wenn die Mehrheit auf fertig drückt. Okay, dann machen wir das so. Ist okay. Ja. Okay, let's go. Oh. Okay, das ist ja praktisch. Hm. Es wird grad nix rein. Ja, same. Grundsätzlich erwarte ich erstmal nichts, weil dann kann's nur besser werden. Okay, jetzt läuft die Zeit runter, weil drei schon mal auf okay gedrückt haben. Okay. Und fertig. Ey, ich wollte auch grad drücken. Really? Oh Gott. Ey, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit, Leute. Lasst euch Zeit, ich werde sie brauchen. Okay. Scheiße. Das war eher so eine Farbe. Ach so, meine Güte. Ja, das ist ja mega kacke. Fuck yes, 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 yes. Kacke, yes, yes, yes. Fuck yes. Ah, was? Ach, scheiße, das Streams. Sorry. Ne, egal. Alles gut. Ist mega. Ich. Roboter mit Zenf. Ist mir egal. Ihm ist jetzt auch alles egal. Karstens Regal. Was ist ins Regal? Karstens Regal. Okay. Ist mir egal. Mann auf Mann. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh mein Gott, jetzt sieht's aus wie ein Penis. Ist mir egal. 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 Wer ist denn noch da? Weißt? Klar bin ich noch da. Hatte ich gesagt, dass ich gehe? Okay. Jetzt sollen wir für dich eine Bildschirm übertragen machen. Boah. Da kannst du wenigstens zugucken. Achso, du kannst ja beim Stream zuschauen. Ich konnte sagen, der Stream läuft sowieso. Okay. Ich hab ja auch, wie King, noch einen zweiten Monitor. Extra für mich. Das heißt, ich kann Valheim zocken und zugucken. Haha. Streamsniper. Ist doch. Ich spiele da weiter Valheim. Ich glaub's nicht. Ja, aber halt mein eigenes Spiel, ne? Ach, jetzt ist Valheim dein Spiel. Ah ja, okay. Haben wir verstanden. Dafür, dass ich es mir am Anfang gar nicht kaufen wollte, ne? Ist so, ne? Alter, ich brauch 40 Jahre, um allein die Person zu malen. Same. Weil ich mich jetzt so verkünstle. Dafür werden die Bilder aber wunderschön. Wunderschön. Ich bin froh, dass wir so viel Zeit haben. Weil sie genauso herrscht wie in der letzten Runde. Vor allem, ich find's gut, dass wir so viel Zeit gerade haben. Ich glaub, ich hätt sonst nur drei Striche gemacht. Ja, also ich bin schade. Aber jetzt sind's vier laut. Gott, wie war die Hose? Oh, warte mal, das braucht er dann noch. Äh. Ja, ich muss nicht so, ich muss nicht die Linie durchziehen. Hm, 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 hm. Jetzt war, war doch eher so die Farbe. Ja, so war die Farbe. Oh mein Gott, das sieht so retard aus. Bereits bestätigt worden ist Night Phantom. Das sieht einfach mal so... Bei mir meinte ich eigentlich, ja, okay. Achso. Ja. Jetzt sollte ich vielleicht mal das malen, worum es eigentlich geht in dem Bild, wa? Also ich hab's schon hier gemalt. Problem ist nur... Ich weiß... Man wird, glaub ich, das dahinter nicht erkennen. Man wird das definitiv nicht erkennen bei mir. Ihr Mäulsumpf. Wird bist du hier geworden? Danke. Perfekt. Ähm... Ich hab die... Ich weiß nicht mehr, wie die Rose war. Die war dunkel. Nee, scheiße. Äh... Oh, warte mal, da gibt's ein extra Button für... Ist ja lol. Ist ja lol. Ich bin einfach mal komplett stupid. Ich bin so... So was von loss. Tramix ist ein scheiß dagegen. Das glaubt ihr kein Mensch. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt... Sag das einfach mal so öffentlich in deinem Stream, aber Tramix ist wirklich der losteste Typ, den es gibt. Wie ich ja letztes gesagt habe, dieser eine Spruch, das Ärgerliche am Verlieren, ist ja, dass du verloren hast. Das war sein Spruch, original, der meinte das ernst. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, sorry. Nein, Brasilien. Ich guck mir den gar nicht an, das ist mir schon viel zu dumm. Ich kannte den auch nur durch unsympathische TV. Ich kenne den nur aus irgendwelchen Memes. Ich guck den ja auch nicht. Ja, ja, unsympathisch macht ihn ja auch immer zu nem Meme. Ja. Der könnte ne ganze Folge nur mit Tramix hören. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch meinen sollte. Aber von Monte kriegt man auch streckenweise gute Sachen. Ja, bei Monte geht fit. Guck, bei Monte geht es ja quasi, wenn man den Furz von ihm mit ins Video nimmt, ne? Ich finde immer geil, dann 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8. Wird nur schon mal jetzt. Jetzt. Nein, warum gebt ihr schon alle ab? Das ist die absolute Katastrophe, was ich gerade male. Ja, weil ich auch ne Katastrophe zumalte muss es mir besser gehen. Jetzt bin ich ja noch mehr nervös. Wenn ihr Zeit habt, dann sieht das immer noch scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Ich bin nicht begabt im Zeichnen. Ey, definitiv nicht. Fuck, ich glaube, es war viel dunkler. Ich hab nicht eure Zeichnung gesehen, hab dann... Also, eigentlich sieht's gar nicht so kacke aus bei euch. Man erkennt's ja. Man erkennt gar nix, Alter. Also, bei mir könnte... Ey, ich muss kapitulieren. Ich kann... Ich frag mich, wer meins hat, weil da muss man noch kreative Leistungen reinbringen. Ich hab keine Ahnung. Ihr kriegt nur ein fertiges Bild, sorry. Ja, oh. Ähm. Ihr kriegt nur ein fertiges Bild. Wieso glaub ich eigentlich... Ich hab so das Gefühl, dass es immer um eine Person geht hier. Warte mal. No way. Ich hab so... Ich glaub, das hat Jay gemalt. War das ein Front? Nö. Oh, gut. Ach nein, ich hätte noch was dazuschreiben sollen. Ich bin so dumm, Alter. Ich kann nicht mehr schreiben. Was ist das hier? Ich würde gerne... ...jemanden googeln. Darf ich das? Du würdest gerne jemanden googeln. Ja. Hi, Sue. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Alles fehlt. Ähm. Ja, jetzt bin ich aber komplett verplant. Ich mach mal wieder so. Oh, fuck. Junge, friss mal leise. Entschuldigung. Wer ist nicht mal Bestandteil des Streams und schmatzt sein mir die Ohren voll. In der Tat. Wer macht sich zu einem Bestandteil? Alter, ich hasse die Version jetzt schon mal. Wer immer die Idee hatte, ich hasse sie. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das Gute ist, wenn man nicht streamt, ist einfach, wo man Musik hören kann, die Copyright ist. Das stimmt. Tschö, wie du. Tschö, wie du. Oh, das sieht ein bisschen falsch aus. Entschuldigung, was spielen wir hier? Hier sieht alles falsch aus. Nein, ich habe jetzt jemanden gemalt, der jetzt ein bisschen aussieht wie Donald Trump. Oh mein Gott, das kann sich tatsächlich nicht in meinem Stream zeigen. Das musst du nochmal ändern. Also Penisse, Vaginas, Möpse, alles gar kein Problem. Donald Trump geht nicht. Upsi. Upsi. Ich sehe Möpse. Du bist auf jeden Fall schon mal weiter als ich. Was habe ich geschaffen? Upsi. Oh, scheiße. Oh Gott. Was habe ich da geschaffen? Wie ging denn dieses Fragezeichen-Ding jetzt nochmal? Oh, scheiße, nein. Ich habe immer was vergessen. Du hast offen. Pullen Waffen. Oh. Ne, warte mal. So geht ein S. Einfach erkennbaren Stil. Was nehme ich denn dafür? Ein Meisterwerk. Ja, genau da. Guck's. 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 Was? Was? Baby. Was? Oh mein Gott, ich habe Meisterwerk erschaffen. Ich nicht. Schäm dich. Ich verstehe mich echt. Das sieht furchtbar aus. Okay, Leute. Das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ich höre auf. Das wird nicht besser. Oh nein, ich opfer. Ich muss noch was dazu machen. Ich habe mich als ready gemacht. Das wird nicht besser. Okay. Das ist wie, wenn du ein Tier angefahren hast und das da liegt und am Verrecken ist und dann wird daneben stehst und zuguckst. Es wird einfach nicht besser. Ja. Aber der Blick ist derselbe. Mhm. Aber ich finde, mein Bild geht diesmal eigentlich so halbwegs. Mein Bild ist furchtbar. Okay, meinst du es auch fertig? Die Zeit läuft runter, Leute. Es ist furchtbar. Oh Gott. Okay. Killer Luke kackt einmal nochmal auf die Tastatur. Ja, es tut mir leid. Wie lange ich jetzt gebraucht habe dafür, wenn wir das mit dem adäquaten Zeitlimit spielen würden? Äh, was? Was steht da? Ich kann es nicht mal lesen. Aua, das ist zu viel. Affla. Was? Ich kann es nicht noch. Aber ich kann es euch gar nicht mehr. Der hängt mich an eine andere Person. Äh, das ist adäquat. Man erkennt, was es sein soll. Äh, das finde ich, das ist adäquat. Das ist gut. Es ist wahrscheinlich eigentlich eine andere Person, aber mir fällt das Gesicht nicht ein. Okay. Okay, los geht's. Ach du Scheiße. Scheiße. Jay angelt sich King-Sarkasmus. Er fühlt sich angezogen. Ich weiß, das ist nicht noch die von Jay. Vibes von Minecraft. Ich hatte... Jaaa. Oh mein Gott. Aber ich hab's halt, ich hab das halt erkannt mit Minecraft und ich schreib das einfach nicht dazu. Jay angelt sich King. Ich hab halt keine Ahnung, wie Jay aussieht, ist das Problem. Ich hab einfach den Skin genommen, den Artic Skin. Ja. Auch wenn das aussieht, als wenn sie einen Bart hätte bei dem Skin. Ja, doch, also... Ich hab keine blauen Augen, keine braunen Haare, aber die Haarlänge stimmt. Jaaa. Nette Lady angelt Gentalmannfisch. Gentalmannfisch. Ja. Guck dir doch mal die Form an, Junge. Genitalmannfisch. Oh nein. Ich hab zu spät geklickt, ich wollte's runterladen. Achso, ja, ich kann's... Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut, am Ende. Ja, frag mich mal, Alter. Wie malt man denn den Schweinebärmann? Genau, wie malt man denn den Schweinebärmann? Saufwag, regeln. Aber ich weiß, was draus gebrochen ist. Der Schweinebärmann wird von Flugzeug... Hä? Das hat wirklich jemand erkannt. Wollt sich ein Schweinebärmann, mein Guter. Ich bin doch... ...taufpack affin. El Gore. Was zum Teufel. Oha. Und ich hab's... ...und ich hab's... ...verkackt. Von Flugzeug rammt gigantische Bärpapé. Das hat doch aber ein Teddy-Ohr. Stimmt. Achso, das ist halt voll ignoriert. Tut mir leid. Und Teddy-Augen. Und das braun. Jay, das hättest du erkennen müssen. Ja, warte. Ich hab's. Okay. So, King Sarcasmus. Deine Mutter spielt Minecraft. Mann, Alter. Mein Gott, das hab ich verkannt. Oh mein Gott, das hat sich die Angst. Also mal die krassesten Typen ever, Alter. Das hab ich verkannt, das tut mir leid. Ich find diesen skeptischen Wunsch geil. Tromax zockt. Ich wusste, dass das fair sein müsste, weil ich... Oh, fach, warum hab ich dich da hingeschrieben. Gute Nacht, Sue. Ich hoffe, du bist auch da, damit du das hören kannst. Oh, ne. Walk out. Timoba ist in seinem Element. Timoba! Timoba ist auch kein Wettel. Voll immer Mist, Alter Tromax. Zockt, Alter. Von deinem Wettel auf Timoba. Alter, ey. Mit den fetten Hängebrüsten, Tromax. Eindeutig. Das hab ich nicht gesehen. Ich sag an dem skeptischen Mund, ich sag's euch. Es ist so gut. Es tut mir ja leid. Das schick ich Tromax, Alter. Auch sein Leiser. Die Simpsons gründen eine Metal-Bank mit dem Krümel-Monster. Ach so. Das war richtig scheiße. Oh mein Gott. Okay, dann... Das war richtig schick. Ja. Naja, passt. Ja, schon. Legit. Die Personen wurden erkannt. Ist so. Oh mein Gott. Krümel-Monster bezahlt Marge Simpsons, die Trompete spielt. Ja, die Personen sind durchgekommen. Ja, ist doch komplett solide. Alter. Das Schlimmste mit, was ich je gemalt hab. Mir tut mein Maul weh, Alter. King mal wieder los. King mal wieder los. Warum? Also, das finde ich richtig gut. Oh mein Gott, das ist wirklich gut. Das ist nice. Ey, was soll das jetzt heißen? Richtiger Weg, falscher Weg und ich gehe in den Fälschen. Was soll denn das jetzt heißen? Als ich das gemalt hab, hast du gesagt, boah, bin ich wieder lost. Ich fand das richtig gut. Verplant wie immer. Ich finde, das passt. Du bist ahnungslos wie immer. Vor allem, das ist so eine Sache. Richtig, nein. Das ist so eine Sache. Das funktioniert anscheinend, weil es wirklich so ist. Jeder hat es erkannt. Das hat gut geklappt. Wie auch, dass die immer mitgekommen ist, ne? Ja. Das hat gut geklappt. Definitiv, ja. Wollen wir noch eine Runde? Danach wäre ich raus. Was sagen die anderen? Mir ist egal. Mir egal. Ja, eine Runde können wir doch. Alles klar. Oh Gott. Sag mal, ob wir mit keinem Druck machen, oder? Ja, das finde ich komplett entspannt, so. Du kannst voll die Scheiße zeichnen und, ne? Du kannst dir Zeitlosen beim Scheiß zeichnen. Ja, ist so. Bitte? Oh ja. Ich habe keine Idee. Was man hier vorgegeben kriegt. DJ trinkt im Nachtclub. Friseur schneidet Barbie die Haare. Ey, das hatte ich letztens auch. Vorhin, ich glaube, erste Runde. Voll kreativ, der jetzt spielt. So, mach mal doch einfach mal. Frag mir fertig sein. Warte mal, noch nicht klicken. Nicht der dritte durchklicken. Dann kommt Schatz uns wirklich. Frag mir fertig sein. Das ist scheiße. Wir wissen ja gar nicht alle prinzipiell, so wie wir gegenseitig aussehen, ne? Ich habe rote Haare, das gleich das Anhaltspunkt. Wow, hörte ich ja auch. Ich sehe hier zwei verschiedene Haarfarben. Zählt das auch? Könnt ihr euch aussuchen. Könnt ihr euch aussuchen. Ist beides richtig. Ich sehe nicht wie mein Minecraft-Charakter. Am Wochenende färb ich wieder meine Haare. Ja, sonst nehme ich wen anders. Merkt euch die Informationen mit dem roten Haaren. Ist das eigentlich umso witziger, wenn wir es nicht wissen, oder? Ja, aber wie willst du denn jemanden zeichnen? Oder zumindest seine charakteristischen Züge, wenn du gar nicht weißt, hier aussiehst? Hä? Lukas hat mich auch gut hinbekommen. Ja, und wie würdest du Lukas zeichnen? Ich stelle mir Lukas so 1,80, braune Haare, blaue Augen vor. Keine Ahnung. Äh, 2 von 3. War nicht, was überlegen. Nein. Nein, nein, nein. Die Größe weg, dann ist 1 von den beiden richtig. Blaue Augen. Naja. Braune Haare. Braune Haare, braune Augen. Ja. Ah. Ja, okay, dann lasse ich meins jetzt einfach so. Ja. Und ich schicke ab. Zeit läuft. Was ist das denn? Wer hat hier den Komplexer? Das könnte ja jetzt jeder sein. Ja. Also, ich hasse es, Menschen zu zeichnen. Ey, ich muss 3 Menschen zeichnen, bitte sauer ich. Ey, du mal was? Das ist direkt formal, danke für nichts. Ich verstehe gerade die Grundlage des Satzes und denke mir so, what the fuck ist mit, was ist mit dem Körper, oh Gott. Warte, man muss sich ja so ein Ei machen. Ja, warte mal, das geht besser. Na, ich mach Punkte. Dann hör auf, Punkte zu machen. Das ist das Einzige, was ich kann. Dann mach weiter. Mach so super. Ich muss die Farbe nehmen, ich muss die Farbe nehmen, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ach so, ich hab immer das scheiß... Ach, upsie. Alter. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich eigentlich nehmen wollte. Aber ich will mir auch nicht zu viel Zeit lassen, weil dann ist wieder überhaupt keiner. Mhm. Also ich brauch ein bisschen Zeit, ich bin froh, wenn ihr ein bisschen länger braucht. Ich hoffe, das hat sich jeder gemerkt von vorhin. Spätestens wenn es vielleicht Patrick und... Sehr gut. Ja, das hat er. Ey, wie sah der denn jetzt nochmal aus? Oh, fuck. Ich sag's nicht verkacken. Ey, jetzt war for real, ne? Ich brauch da eine Vorlage für. Lol, ey, hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wie glaub ich das gef... Egal. Okay. Okay. Krieg ich nicht hin. Nee, das ist scheiße. Okay. Nee, besser, 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 besser. Also die Person, die das von mir verlangt. Holy shit. Oh. Ich kann ja auch radieren, Alter. Ich bin so blöd. Meine Fresse. Jetzt hat bestimmt schon wieder irgendeiner. King is lost. Okay, jetzt immer lost. Das ist halt mein Ding. Ja, jeder kann irgendwas. Mach ich kurz was anderes draus. Jeder kann irgendwas. Ich bin halt lost. Wie heißt denn ihr in real life? Marie. Okay. Also wenn ich das beantworten muss, dann bist du lost. Nee, nein, alles gut. Alles gut, ja, bei euch weiß ich's. Die wichtigen Personen haben's jetzt schon gesagt. Vielen Dank. Arschloch. Also nicht, weil ihr unwichtig seid. Ach komm, fickt euch alle. Ja, wir haben verstanden. Fickt euch, ich gehe nach Hause. Leckt mich, Leute. Wie alles hier im Mund rumgedreht wird. Ja, klar. Ja, keine Rutsche ist auf Verluste hier. Ist so, ne? Alter, fickt doch die Wand, man. So, dafür, dass du derjenige jetzt geschehen hast. Nein. Uh, falsche Lasse. Ey, der frag mich nicht. Ohne Witz. Ey, wieso hat der so gelbe Augen? Hat der was mit der Leber? Vielleicht hat er auch Gelbsucht. Das wäre schlecht, dann wäre es nämlich apatitis. Wieso lässt man solche Leute ins Fernsehen? Ich kann mir echt vorstellen, wer das geschrieben hat. Ich hasse diese Person. Ich weiß nicht. Oder warte. Vielleicht doch. Ich bin so stupid, ne? Ich hätte ein Foto von der Seite nehmen können. Äh, ups. Alter. Okay. Nee, warte mal. Was mache ich nicht für eine Scheiße? Eine Person, die ich hier mal, sieht sehr asiatisch aus. Nein. Wie ist es im Moment immer aussehen, was Falsches ausfüllt? Wieso? Schönste. Aber jetzt habe ich... Nachrichtet jetzt hier. Ey, was ist das für eine Scheiße, was ich hier male? Oh Gott, wer von euch ist denn schon fertig? Ich? Cheaterin. Sieht man da noch. Ja. Bei mir sieht man es auch. Obwohl ich noch nicht fertig bin. Aber gleich bin ich fertig. Ich bin auch tatsächlich gleich fertig. Ja. Ja. Ich bin dann immer verdrücken, würde ich opfern. Das könnt ihr mir nicht antun. Das könnte ich echt klären lassen. Ja. Alter, frag mich nicht. Okay. Ich finde es gut. Ich bin auch fertig. Die Zeit läuft. Alter. Wer das erkennt, ne? Ohne Witz. Respekt. Ich glaube, ich würde es erkennen. Obwohl, so wie es klang... Ich hätte sie dir auch schreiben. So wie es klang, haben echt viele komplizierte Dinge. Nein, ich bin immer nur lost. Oh nein, warte. Kannst du noch bearbeiten drücken? Ach, scheiß drauf. Ich finde es super. Ich hasse mein Leben. Was? Hat jemand von euch blonde Haare? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was du bekommen hast. Ich weiß nicht. Ah, mach ich. Ich glaube, du hast meins bekommen. Neid ist blonde, ja stimmt. Aber ich weiß nicht, wer das andere ist. Neid ist so ein richtiger Eilmann. Oh mein Gott, wie soll ich das denn so kurz beschreiben? Ich weiß nicht mal warum. Was ist der Kontext dazu? Es sind zu wenig Buchstaben, die man da reinschreiben kann. Ja, einfach. Allein schon viel. Ich brauchte fast die Hälfte alleine, um eine Sache Datei zu beschreiben. Ja. Und dann fehlen auch die andere Hälfte. Naja, irgendjemand muss es ja auch geschafft haben. Ja, aber wie? Ja. Ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, das kommt hin. Kann man so sagen. Oh Gott. Alter, was? Was ist das? Vor allem, das, was hier jetzt steht, das ist ja nicht, was sich gerade am Anfang jemand ausgedacht hat. Das ist ja etwas, was jemand erkannt hat in einem anderen Bild. Das muss es dir immer mal geben. Aber ich bin ja auch nicht. Ja. Okay. Ich muss da jetzt leider jemanden googeln, weil ich komplett lost bin. Ja, das musste ich auch gerade. Persönlichkeit, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich bin so dumm, ich muss mich auch ausfüllen. Sag was Neues. Du bist dümmer, das ist auch nichts Neues. Der von hat studiert, aber da bin ich auch wirklich dumm. Ja, da und? Deswegen kochst du aber auch nur mit Wasser. Oh nein, warte, du bist tatsächlich schlauer als euch. Du lässt deine Mom kochen. Höhle Schimm. Das war es jetzt echt so. Das ist mit dir. Liebt mich meine Mutter. Äh, okay, du hast gewonnen. Ihre behauptet. Seine behauptet das auch immer. Okay, warte mal. Warte mal, wir machen... Okay, warte mal, wir machen das so. Nee, warte mal. Dieser Moment, wenn man irgendwo ein kleines Pitzel-Loch hat und deswegen der komplette Bildschirm auf einmal diese Farbe annimmt. Und dann musst du dieses Loch suchen. Ja. Da fahr ich nochmal die komplette Kontur nach und dann ist es weg. Wenig schneller. Oh, ich bin tatsächlich... Oh mein Gott, Alter, wie des Todes einfach. Oh, der deformierte Kopf, Alter, was mit mir los? Bari, wie rot sind deine Haare? Rot. Orange. Orange. Ja, jetzt. Naja, Kupfer halt. Rot, orange, was das... Wie soll ich das beschreiben? Ah, ein Kupferfuchs. Ja. Können wir schon so sagen, würde ich... Denke schon, ne? Ein Fuchsi. Oh. Ich hab früher auch immer Chinchar. Das klang richtig ekelhaft. Oh, nee, warte mal, das kriegt's noch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Das sieht aus, als wenn die mit dem Tennisball spielen. Oh. Copy and paste geht nicht, ne? Scheiße. Was haust du immer für Stöner raus? Was ist los mit dir? Ja, Mann, ja, weil mich das aufregt, weil ich das selbe Problem auch hab mit diesen Lücken. Und dann bin ich so... Crying. Ja, ich krieg's nicht hin. Warum hat du manchmal... Manchmal zeichnet der nicht. Alter, was mal ich hier für ne Scheiße? Ich hab meine Hände gar nicht im Griff hier, ne? Ich hab... Das wirkt auch nicht vor Gericht, Patrick. Das zählt nicht. Bist du sicher? Ja. Ich hab's probiert. Was? Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja. Solange irgendwas stehen gelassen wird. Nicht mehr gewohnt, oder? Ach, viel zu sehr. Hallo, was passiert hier? Also, mit dem ersten Wert, was ich mal haben musste, dann wundert mich das nicht mehr, dass es so ne Unterhaltung geben wird. War das jetzt zu privat? Ich kann da auch nichts für. Okay, Leute, ich bin tatsächlich fertig. Das kann überhaupt nicht sein. Doch. Ja. Ja, ich kann's auch noch ein bisschen verschönern, wenn ihr wollt, mein Gott. Ich versuch's grad zu retten bei mir. Ja. Oh nein, ich hab das falsche Tool, oder ne? Okay, das bin ich grad nicht. Alter. Wenn man copy-and-pasten könnte, dann wär ich tatsächlich ein bisschen früher fertig. Aber ich glaub, ich schenk mir jetzt den Rest, darum bin ich jetzt trotzdem fertig. Das hat total Sinn ergeben, der Satz. Nur aus Prinz. Ja. Ich muss das jetzt schon sagen, weil ich glaub, der Korb ist dann die Person, der den Erfolg der Person erkennen wird. Okay, scheiß drauf. Oh, ich war ja nicht so. What the fuck? Ich hab nochmal gleichzeitig berührt. Ah, das ist aber schön gemalt, ja. Oh. Ups. Ich hab ja nicht reingeklickt. Wer hatte nochmal die... ...Sondenhaare? Night Vendor. Meine Wenigkeit. Okay. Ich kann mich nicht wirklich... ...mit blonden Haaren vorstellen, irgendwie. Keine Ahnung, ich hab in meinem Kopf immer ein anderes Bild von dir. Oh, das wirst du noch haben. Als du dann wahrscheinlich im Real Life aussiehst. Nicht, wenn siehst. Ist wirklich so. Hatte ich auch. Okay, warte mal, jetzt können wir das doch... Hä? Hä? Ich weiß nicht, welcher der genaue Satz davor war, aber okay. Okay, ich glaub, ich glaub. Boah, ich wollte meinen Satz nicht zu Ende schreiben. Das ist jetzt schade. Okay. Mini-Menschen werden als Burger-Patties in Burgern verkauft. Ach, das hat ich jetzt letztens gehabt. Was hast du denn gesagt, Mann? Mini-Menschen. Ja, ich hab mir einfach so... ...so kleine, nackte Menschen als Burger-Patties vorgestellt. Kleine, nackte Menschen. 5 Euro. Ach so, das ist ja der ganz klein. Burger mit Menschenfleisch von Klein-Lüchse für nur 5 Euro. Warn, Leute. 5 Euro. Das hat so gut aussehen, dass du das wieder machen kannst. Kinder wollen Menschenfleisch-Bürger für 5 Euro. Krass. Krank. Wie gut, dass du das krank noch hinzugefügt hast. Aber ich weiß, du... Den Burger vom King würde kein Mensch kaufen. Da ist kein Salat drauf. Da ist keine Zwiebeln drauf. Keine Zwiebeln und Käse. Ja, siehst du? Ja, aber es geht halt nur... Aber es geht ja nur um Menschenfleisch. Es geht um Mini-Menschenfleisch. Es geht um Burger. Ja, das stimmt. Reihen will, Klinge. Lilliputano. Ich wollte es aber nicht so schreiben. Knight ist ein Gentleman zwischen Rolf und Jay. Alter, Knight. Du hast so viel Mühe gegeben. Wow. Ich weiß nicht, wie Jero aussieht. Deswegen habe ich mich genommen. Ah, ich habe... Ich habe... Oh mein Gott. Marie und Jay gelesen. Äh, Marie und Jay gelesen. Ja, perfekt. Jero hat schwarze Haare. Jero, sorry. Jey und Marie werden auf Gala eingelassen. Zwei süße Mäuse. Eingelassen. Eins sieht nicht mehr so schön aus. Aber egal. Und ich habe die Mäuse mitgemacht. Ich muss aus mich veräumtzen. Ich sehe doch bloß das zweite Knight. Ja, ich liest. Patrick, siehst du da parallel zu meinem Twitch-Profilbild? Hä? Wie? Was mache ich? Siehst du? Bei meinem Gesicht parallel zu meinem Twitch-Profilbild? Da habe ich auch diese Ohren drauf. Ja, ja, stimmt. Darum hatte ich da auch an was gedacht. Wieso braucht der so lange? Habe ich so lange zu? Gey und Jay als Katzen verkleidet auf dem roten Teppel. Ja. Grundsätzlich sollen es zwei Mäuse sein. Nein, zwei süße Mäuse war darauf bezogen, dass wir echt süße Mäuse sind so. Also dass wir keine Mäuse sind, aber echt niedlich. Und ich habe da so gezeichnet. Schön gemacht. Knight trinkt, Benzin entzündet seinen Urin. Ah, kack, Alter. Du warst es. Ich habe es leider nicht zum Schluss bekommen. Ich dachte mir am Anfang, warum hat Knight's Hand, was kommt aus Knight's Hand, die Hälfte raus? Ja, das ist erst so. Okay. Knight trinkt, Benzin, pisst es wieder aus und zündelt es an. Ey, aber wow. Lol. Ich habe es aber dann verstanden. Mit den Zensurpalken. Tim trinkt, Benzin enturiniert. Das ist wieder um Feuer zu eltern. Um Feuer zu legen, wollte ich zu schreiben, oder? Nee, Feuer zu löschen. Deswegen wirkt mir das Streichhölz da rein, ich verstehe. Naja, um etwas zu löschen. Benzin wird jetzt vielleicht auspissen, was brennbar ist eigentlich. Der Hintergrund dabei ist natürlich auch, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, ne? Ich finde das auch schön, dass dein Schwanz aussieht wie eine Pistole. Das sind Zurbalken. Ähm. Ich bin ein anständiger Mensch. Okay. Ich könnte dich dabei. Du hast, du hast noch genug Zeit, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, Marie. Nein, danke. Wie geil. Der rosa-rote Fanta zeigt den Mittelfinger einen Uhrentyp. Einen Uhrentyp. Das ist der Uhrentyp, Leute. Jede Stadt hat diesen Uhrentyp. Ich habe so keinen. Ich habe so keinen Uhrentyp. Ich weiß nicht, wo er in meiner Stadt ist, aber ich hasse ihn. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zufrieden? Nee, aber vom Prinzip her richtig. Ja, das Prinzip ist durchgekommen. Ich muss den Uhrentyp schreiben, weil ich halt keinen Platz mehr hatte. Ich wollte der Typ Mann mit der Uhr schreiben, weil er hat die Uhr nicht mal gepasst. Uhrentyp, Alter. Das ist ein richtig. Das ist ein richtig. King erklärt Marie Computer. Die ist abedumpt. Ach so. Ja, genau. So war das, Alter. Erzählt Marie irgendeinen Computerscheiß. Ja, das habe ich auch so gemacht. Ja, nein, danke für die nette Frisur. Die Frisur hat mich verwirrt und dann noch dieses M-A. Knight oder Kert hat keinen Glauben auf Patrecks Computergelaber. Ach so. Weil er hat doch in Minecraft immer diese M-W-P-Zeug drauf und dann dachte ich, das wäre Knight. Ich habe gar nichts drauf. Ich habe einen normalen schwarzen Hand. Da fehlen die Knight, da fehlen die Boobies. Warum heißt es noch Marie ohne Boobies? Und vor allem mit kurzen Haaren. Das ist ja viel schlimmer. Lange Haare. Ich habe jetzt das Bild orientiert bei Marie-Alexa. Lange Haare und gigantische Boobies. Gigantisch, vor allem. Bitte entspannt euch wieder. Warte mal. Bei Kings sind alle... Vor allem auf meinem Bild habe ich noch lange Haare. Was ist mit meinem Befall? Ich glaube, ich habe mich schon in das Bild verwechselt. Ich habe nicht bei der Marie-Alexa geguckt. Oh mein Gott, really? Ich habe ein Déjà-vu, lol. Muss noch irgendwas speichern, King? Also ich habe. Die anderen? Wollt ihr? Oder habt ihr? Oder müsst ihr? Ich bin so richtig. Okay. Ich kann ja das Bild von der Marie-Alexa. Naja, was denn? Ich hoffe, es war noch nicht wieder aus. Ich meine, ich finde, King, wie bist du auf das gekommen? Ey, keine Ahnung. Das passiert, wenn ich versuche, zu brainstormen. Das kommt dann dabei raus. Oh shit, meine Softbox, Alter. Die Eronie ist, ich habe mir überlegt, diese Dettel da um ein Haar rauszunehmen. Da dachte ich mir, nee, ich habe die Dettel durch die Kopf. Ich dachte schon, was ist mit seiner Frisur los? Die muss man. Ja, er hat so platt gedrückt für eine Haar. Ich dachte schon, du sagst, die Ironie ist, du hast überlegt, das wirklich zu machen. Das war gerade kurz. Er geht an den Tank holen und tankt sich selber. Er trinkt Benzin und hofft, dass sie einen Schadensersatz zahlt. Das geht nur in Amerika. Wenn ich an der Tankstelle dranstehe, dass man das nicht trinken kann, dann kannst du da verklagen. Genau. Bestimmt steht es dran. Wenn du krank bist, dann kannst du dir auf 10 Milliarden Euro verklagen. Ja, siehst du. Das funktioniert auch noch. In Deutschland geht das nicht. Das ist ein Schussbild, wo man sagen kann, so ungefähr sehe ich aus, wenn ich anzutragen würde. Oh, die Lübe raus, bitte. Mit einer schwarzen Maske auf, ne? Die Maske hast du auch immer, oder? Ja, die Maske hat er immer auf. Er ist quasi ein Superheld im Anzug. Ja. Aber ohne Anzug meistens. Genau. Er ist ein Superheld im Anzug, ohne Anzug. Ich bin Businessman. Business. Er ist Lord Business. Ich kann mir Night Phantom irgendwie nicht so vorstellen. Ich würde ihn weiter so im Kopf behalten, wie ich das bisher gemacht habe. Night ist ein sehr sympathischer Kerl. Ich wäre mit Lord Business welcher zufrieden. Ja, von den zwei Bildern, die ich ihn gesehen habe. Ich bin Maske. Eins mit Maske, eins ohne Maske. War es eins ohne Maske von mir? Oder war das Ansgar, wo du am Feuer saßt? Mann, ich habe wechselt. Ansgar ist der Riese. Ja. Genau. Ich bin kein Riese. Ja, genau. Ich bin im Durchschnitt. Bist du im Durchschnitt? Wie groß bist du? Aber 70, weil ich mich zuletzt gemeldet habe. Hätte ich nicht einmal... 79. Vielleicht schon 1,80. Hätte ich nicht einmal die Chance gehabt, ihn zu sehen in dem Video, was mal war, wo ihr dort auf dem Protest hier auf dieser Demo wart? Oh, shit. Tete. Ja. Ja. Da ist er doch zu sehen, oder? Ja. Ja, stimmt. Da ist er zu sehen. Irgendwas darf ich nicht mehr. Hat sich das geguckt? Wem ist denn das aufgefallen? Wir hätten es geschrieben? Ja, Janis hat es damals geschrieben. Das kann sein, ja. Oh, ja, Janis hat es in die Gruppe gestellt. Ich dachte, es ist der Junge. Jiros in der Gruppe. Nein. Ich bin wieder deinem Modell. Ich habe schon nicht anmoderiert. Was ist das Problem? So Leute. Ich habe schon nicht anmoderiert, weil einfach keine Zeit war. Jetzt eine ganz spontane Sache. So ein kleines Röntchen. Falls irgendwer da war. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, entschuldige. Ich habe das zu spät mitgekriegt, dass da Aktion im Chat ist. Daher, falls du das hier irgendwann mal sehen solltest. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Entschuldigung. Ich hoffe, der eine oder andere hatte die drei, vier Minuten Spaß, die er da zugesehen hat, was ich da für ein Scheiß hinfabriziere. Und ansonsten sehen wir uns gerne morgen früh wieder. Morgen früh, nee, war ne. Morgen früh besser nicht. Morgen Nachmittag. Wahrscheinlich erst ab 18 Uhr. Und, ähm. Was gibt es zu sagen noch? Gar nichts mehr. Ab 18 Uhr, Gartic Phone. Und dann schauen wir mal, wie sich der Tag so entwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.